Was geht, Cory hier. Lange ist es her. Heute werden wir uns wieder christliche Memes anschauen. Und dieses Mal werde ich nur die Memes anschauen, die mir im Discord geschickt wurden. Oder, ich erkläre es einfach, ich habe vor einem Jahr oder zwei oder keine Ahnung wie lange es schon her ist, so Corona-Zeitung-mäßig, einen Discord-Server erstellt. Und in dem sind ganz viele verschiedene Christen zusammengekommen. Und wir halten Bibelstunden und wir tauschen uns aus. Und ein Channel, den ich da gestartet habe, heißt christliche Memes. Wo wir alle unsere christlichen Memes reinposten können. Falls du noch nicht Teil des Discord bist, das kostet nichts oder irgendwie sowas, du meldest dich einfach nur an und bist dann da drin. Es ist nochmal eine eigene Community untereinander. Da könnt ihr mit mir persönlich quatschen. Ihr könnt untereinander junge Christen kennenlernen und euch austauschen. Und vielleicht kennt ihr auch jemanden, der in eurer Nähe ist, der auch da in der Gruppe ist. Und ja, also falls ihr noch nicht drin seid, was macht ihr eigentlich? Und das sieht dann ungefähr so aus. Also wir sehen jetzt, wir sind 126 Christen, posten jeden Tag einen Tagesvers. Und wir können kennenlernen, wir haben Diskussionen, wir haben noch mehr Diskussionen, wir haben ein bisschen Smalltalk, wir haben noch mehr Smalltalk, Gebetsanliegen, Praise Report und so weiter und so fort. Und ja, wie ihr sehen könnt, nur das Beste passiert in diesem Discord. Also falls ihr noch nicht Teil davon seid, Link ist in der Beschreibung und seid doch Teil davon. Aber kommen wir zu dem eigentlichen Video und zwar zu hier, dem juicy Part christlicher Memes. Also ich meine, wenn ich nicht lache heute, dann ist es nicht meine Schuld. Dann ist es eure Schuld, weil ihr erstens nicht genug Memes gepostet habt und eure Memes nicht gut genug seid, äh, sind. Also, fangen wir an. Los geht's. Your heart, Jesus. Let me in. Your heart, Jesus. Let me in. War nicht so gut, aber wir haben es verstanden. Wir haben verstanden, was ein Meme ist und wir haben verstanden, was hier gemeint ist. Jesus möchte in dein Herz, aber du lässt ihn nicht. Did you bring any alcohol, sir? No, just water. Also ihr wisst, Jesus kann Wasser zu Wein machen. Wie gesagt, wenn ich nicht lache, ist es nicht meine Schuld. Karl Marx, das Kapitel. Show me the real truth. Koran. I said the real truth. Bible. Perfektion. Ey, dagegen kann man nichts sagen. Ah ja, besser, 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 aber noch nicht sehr gut. Leute, uns gehen die Kirchenmitglieder flöten. Vorschläge für weitere Evangelisationen? Gleichstellung aller Religionen. Eine LGBTQ-Kirche. Wie wäre es, wenn wir einfach wieder die Bibel ernst nehmen? Ja, so sieht es doch aus, oder? Sobald die Bibel wieder ernst genommen wird, wirst du rausgekickt. Und hier sagt auch einer, traurig, aber leider auch ein bisschen wahr. God. You. Die armen Menschen im Bus, aber ja, so sieht es aus. Oh, ein Video. Und Vater, I pray, do you move these nasty hypocrites up from this church. Ja. Das ist die Wahrheit. Das ist der Wahrheit. Videos mag ich natürlich noch viel lieber. Da muss ich einfach nur draufklicken. Und weniger lesen. Different types of christian worship. The Baptist. Ruhig. Okay. The Pentecostal. Running around. Okay. My church camp people. Feiern. Komische Schuhe hat er an, aber ja. The TikToker. The person doing the sprinkler. Ey. Man muss Sägen ausgeben, oder? Oh ja. Ah ja. So Videos muss es mehr geben. Also Simi, du weißt, mehr Videos davon. Oh ja. Also wir wissen, Simi macht die besten Memes. Wir wissen schon, das ist schon Next Level. Also ihr müsst erstmal da dran kommen. When you get into a car and the Bluetooth automatically connect to the worship music. My heart went marriage. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Ich lasse es. Schauen wir uns das nochmal an. When you get into the car and the Bluetooth automatically connect to a worship music. My heart went marriage. Was sie denkt ist, oh, den muss ich heiraten. Jetzt macht es Sinn. Und der ist gut. Next da. Das müsst ihr weitermachen. Dieses Spoiler ist gut, weil dann kann ich erst alles richtig ziehen, bevor ich mir angucke. Und dann kann ich auf Spoiler drücken und dann sehen wir Karen. The sermon was a little weak. Pastor, so is your tithing. Tithing? Tithing. Tithing. Ich bin Ami und ich kann kein Englisch. Mit anderen Worten, die Predigt war ein bisschen schwach. Ja, dein zehnter Teil auch. How do you stay so positive in life? Me, Jesus. Ja, so sieht es aus. Und das ist der Wahrheit. We should go to that party. It's okay. We can go. We repent later. That's not how repentance works. Falls ihr die Stelle kennt, da geht es eigentlich um The Force. Aber ja, genau so sieht es doch aus. Wir gehen party. Also nicht, dass ein Party unbedingt das was Schlimmes ist. Aber wir gehen hin und wir besaufen uns. Und ja, ja, ja. Und später, ja, die beten wir um Vergebung. Und das ist nicht, wie Vergebung funktioniert. Normal Cat. Miau. Texan Cat. Miaudi. Was? Was hat das mit Jesus zu tun? Wie auch immer. Jeder Meme ist willkommen, solange er mich zum Lachen bringt. Aulaulaulaulaula. Autsch. Praktiziert unser Pfarrer etwa das Zungenreden? Nein, er hat seine Zunge an dem heißen Essen verbrannt. Ja, das ist, ähm, das ist, ähm, gut, gut, gut. Wie soll ich denn mit Gott reden, wenn er so fern ist? Was ist das Problem? Du bist doch über dein Telefon auch immer erreichbar. Gibt es denn sowas wie Telefonbuch, wo man die Nummer findet? Ich habe dir doch letztens eine Bibel geschenkt. Also, das ist natürlich nicht, äh, das Telefon, äh, das Telefon, aber man kann mit Gott sprechen, ohne dass man, äh, ein Telefon braucht. You're late again. What happened this time? Sir, you won't believe it. Ah, ich weiß nicht, ob das, das jetzt der Beste ist, aber ich muss eine Sache sagen, die sehr, sehr gut ist, about unser Discord-Server. Seht ihr den hier? Ah, ja, ja, wir haben ein eigenes Emoji mit meinem Kopf. Don't ask. Aber ja. When you stay in God's Word, you are untouchable. So sieht's aus. So sieht es aus. Stadtkind, treffen wir uns nach der Arbeit auf ein, zwei Bier. Dorfkind, zwölf, schreibt man ohne Bindestrich. Ah, zwölf, schreibt man ohne Bindestrich. Ah, der ist gut, der ist gut. Babypitcher. Okay, ich glaub, das ist der Beste bis jetzt. Ah, ich glaub, das ist der Beste bis jetzt. Ich weiß nicht, ob es der Beste ist, aber der ist schon... Das macht zwar rein theoretisch keinen Sinn, weil Adam und Eva waren ja als Babys, obwohl es gibt keine Babys, also die waren ja sofort Mann und Frau, also ja, doch dann... Das ist so bescheuert. Dreck und ne Rippe. Ja, das ist, was in Moses steht. Ah, ist der gut. Ist der gut. Du liest die Offenbarung und willst herausfinden, wann Jesus wiederkommt. Keine Ahnung, vielleicht drei oder vier. Drei oder vier was? Tage? Wochen? Monate? Ja, vielleicht fünf. Drei oder vier. Was? Monate? Jahre? Oder fünf? Das ist Paul. Paul kann Irrtümer und falsche Lehren kilometerweit erkennen, weil Paul seine Bibel liest. What? Das ist Paul. Paul kann Irrtümer und falsche Lehren kilometerweit erkennen, weil Paul seine Bibel liest. Sei wie Paul. Ja. When you're debating scripture and you got that verse, that can just end their whole argument. Yes, yes, yes. Ja, das ist oft. Also das ist oft, wenn du nicht mit debattierst. Das habe ich häufig an. Oder wenn ich nicht mit debattiere und gerade diskutieren zwei und ich denke mir so, steht es hier nicht eindeutig? Zum Schluss eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, wir haben für den Umbau der Kirche genug Geld. Der schlechte, das Geld ist noch in euren Taschen. So, technical, Moses is the first man to download files from the cloud using. Tablet! Oh, ich glaube, es ist nicht so schlau die ganze Zeit zu klatschen, aber der ist gut, der ist gut. Ja, Moses hat so sein Tablet genommen und dann hat der so, danke, genau. Der ist gut, der ist gut. Christliche Gym Bros, wenn sie nach Bibelfersen suchen und sie aus dem Kontext reißen. Wir sollen das Rennen durchhalten, für das wir bestimmt sind. Körperliches Training hat einen gewissen Wert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, wenn ihr nicht denkt, dass ich gut genug gelacht habe, dann müsst ihr eure eigenen Memes in die Gruppe posten. Und versuche, mich zu lachen zu bringen. Also, seid Teil des Discords. Link ist unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar. Und falls ihr jetzt dran geblieben seid, hier sind noch zwei der alten christlichen Memes-Videos. Also, klickt drauf und lacht mit mir.